Ja, da braut sich ganz schön was zusammen auf dem Immobilienmarkt und das aktuelle Jahr könnte richtig, richtig spannend werden. Es gibt so ein paar Fallen, die man jetzt schon vorhersehen kann, die auf Immobilieneigentümer zukommen. Nicht nur auf vermietete Immobilien, sondern auch auf selbstgenutzte Immobilien. Das ist ein Bereich, den ich ja auf meinem Kanal relativ wenig anspreche, der aber heute mal ausnahmsweise nicht zu kurz kommt. Viel Spaß bei dem heutigen Video. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grundbuchwissen. Mein Name ist Sven und wenn du dieses Video noch nicht auf deiner Startseite gesehen hast, dann liegt das womöglich daran, dass du meinen Kanal noch nicht abonniert hast und vergessen hast, die Glocke zu drücken. Beides kannst du jetzt sofort erledigen, dann haben wir das schon hinter uns. Ist es nicht verwunderlich, letzte Woche vor einer Woche am Sonntag habe ich ein Video rausgebracht zu den steigenden Zinsen bei Immobilienfinanzierung und plötzlich ist gefühlt halb YouTube voll damit. Es gibt kaum ein anderes Thema, das gerade so stark überwiegt, wie die zuletzt immer stärker und immer weiter ansteigenden Zinsen für neues, frisches Kapital, um davon Immobilien zu kaufen. Das alleine ist erstmal kein Beinbruch, könnte man meinen. Aber zusammen mit anderen Faktoren, auf die wir in dem heutigen Video eingehen, ergibt sich da doch eine grundlegend neue Situation beim Kauf von Immobilien. Ihr habt mich zu Recht als Zuschauer darauf hingewiesen, dass es einen großen Punkt gibt, der zwar noch nicht ganz sicher ist, aber der sowohl von unserer Dreier-Koalition in der Bundesregierung verabschiedet wurde, als auch auf europäischer Ebene nun ein wichtiges Thema in einem Themenvorschlag oder einem Vorschlag zur Absegnung ist. Und das ist die energetische Sanierung von bestehenden Immobilien. Das trifft nicht nur die Immobilien, die vermietet sind, sondern sogar die Immobilien, in denen man selbst lebt. Selbstgenutzte Immobilien müssen anscheinend demnächst auch saniert werden. Da ist die Rede von verschiedenen Fristen bis 2030, maximal 2050, je nach Art der Immobilie und wahrscheinlich auch Alter. Und das Ganze wird dann zusammengefasst in gewissen Klassifikationen und Eingruppierungen. Und da muss man einen Mindeststandard erreichen. Wer jetzt diesen Standard festlegt, der da aktuell wirklich herrscht und welcher dann letztendlich erreicht werden muss, das steht noch nicht fest. Man kann also nicht sagen, alle Immobilien, die bis 1980 gebaut wurden, beispielsweise sind jetzt sicher und alles, was danach kommt, muss erstmal nicht angepackt werden. Das hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Anscheinend geht es vor allen Dingen auch um die Art der Beheizung und dann letztendlich auch der Isolierung und so weiter. Und das trifft, wie gesagt, nicht nur die vermieteten Immobilien. Da ist es ja noch halb so schlimm aus Investorensicht, denn energetische Sanierungen kann man kostenmäßig auf die Mieter umlegen. Das will letztendlich keiner. Aber wenn die Politik es vorgibt, dass es gemacht werden muss, dann braucht sie sich nicht wundern, wenn die Mieten entsprechend ansteigen. Letztens habe ich gelesen, dass es drei Euro pro Quadratmeter und Monat sein müssten bei einem Investor, damit sich diese ganze Aktion finanziell lohnt und nicht zu einer Insolvenz des Vermieters führt. Davon hat nämlich auch wieder keiner was. Der Mieter kriegt dann ansonsten einen neuen Eigentümer. Und da kann man sicher sein, dass wenn jemand neues Geld aufnimmt, das ja jetzt auch noch teurer wird, er die Miete sowieso nochmal zusätzlich anheben muss, damit das Darlehen, das da aufgenommen wird, überhaupt bedient werden kann. Wenn der Vermieter pleite geht, ist das für den Mieter absolut nicht gut. Und außerdem hat auch die Politik kein Interesse daran. Denn wenn die Mieter und die breite Bevölkerung erstmal merkt, was dieser angebliche Klimaschutz, der dadurch erreicht werden soll, letztendlich für Kosten verursacht und diese Kosten von den Bewohnern, also nicht nur Mietern, sondern eben auch Eigennutzern komplett getragen werden müssen, dann könnte es doch sein, dass der ein oder andere auf die Barrikaden geht und das wieder negativ auf die Politiker zurückführt. Und da haben die sich jetzt etwas ganz Cleveres ausgedacht. Denn anscheinend sollen weder Vermieter noch Mieter mit den Kosten alleingelassen werden, sondern das Ganze soll aus Steuereinnahmen finanziert werden. Und wer zahlt letztendlich die Steuern? Gut, könnt ihr selber nachdenken. Das ist ein großer Block, der noch ein bisschen in der Schwebe steht, der aber auf uns zukommt. Gerade schon angesprochen und auch letzte Woche thematisiert die steigenden Zinsen für Immobiliendarlehen. Jetzt könnte man meinen, hey, ich habe ja schon eine Finanzierung abgeschlossen, die läuft und das ist gar kein Problem, denn ich habe ja meinen Zinssatz gesichert. Für viele gilt das grundlegend auch so, aber einige bis zu einem Drittel der neu abgeschlossenen Immobiliendarlehen sind variable Darlehen und die orientieren sich am Leitzins. Wenn der Leitzins jetzt steigt, steigen eben auch die Kosten für dieses Immobiliendarlehen. Und da lauern einige Fallen für neue Vermieter, neu gekaufte Immobilien in Richtung Zahlungsunfähigkeit. Und das ist aus unserer Sicht, die wir Schnäppchen machen möchten, dann doch wieder eine gute Sache, denn dadurch könnten die Immobilienzwangsversteigerungen befeuert werden. Und auch das geistert momentan durch die Medien. Es wird mit weiteren Zwangsversteigerungen gerechnet, viel mehr als wir letztes Jahr gesehen haben. Da gab es diesen Corona-Sondereffekt. Ich hatte das schon vorab gesagt. Es ist durchaus mit mehr Zwangsversteigerungen zu rechnen aus zwei hauptsächlichen Gründen. Erstens, viele Menschen haben ihren Job neu aufstellen müssen, haben eventuell finanzielle Einbußungen gehabt, waren in Kurzarbeit. Und da vermietete Immobilien weiter laufen zu lassen, das könnte durchaus sehr, sehr schwierig geworden sein, wenn man diese einfach zu teuer gekauft hat. Und wenn ihr mal links und rechts guckt, die Leute, die kaufen alles, egal zu welchem Preis. Hauptsache man hat etwas. Und dann wird das auch noch zu 115 Prozent finanziert. Und dadurch kommt es dann eben zu Zahlungsunfähigkeiten. Und der zweite wichtige Faktor, warum wir dieses Jahr mehr Zwangsversteigerungen sehen werden als letztes Jahr, ist die schrittweise Aufhebung der Pandemie-Regeln und der erneut durchgeführten Zwangsversteigerungen bei Gericht. Viele Termine sind nämlich komplett abgesagt worden. Und das ist ja nicht so, dass die dann einfach verschwunden sind und sich in Luft aufgelöst haben, sondern die müssen jetzt nachgeholt werden. Und dann haben wir letztendlich eine, ich will nicht sagen Verdopplung an Terminen, aber doch einen viel höheren Grad und eine viel höhere Taktdichte an Versteigerungsterminen im Jahr 2022, 2023. Und wenn ihr auch mal bei einer Zwangsversteigerung mitmachen möchtet und da ein Schnäppchen kaufen möchtet, dann habe ich für euch einen Online-Kurs vorbereitet. Die Beta-Version ist jetzt freigeschaltet, da könnt ihr euch anmelden und mir auch Feedback geben, welche Themen euch noch weiter interessieren. Ich verlinke euch das unter diesem Video, blende euch auch ein, wie ihr den Kurs findet. Und dass Immobilien, egal wie gut sie sind, wie schlecht sie sind, in welchem Zustand, wie hoch oder sogar niedrig die Rendite ist, verkauft werden, das ist nicht nur mein Eindruck, den ich euch schon seit ein, zwei Jahren mitteile, sondern inzwischen sagt auch die Bankenaufsicht und auch die Deutsche Bundesbank, dass der Immobilienmarkt in Deutschland heiß gelaufen ist. Da wird von Übertreibungen von 10, 20, 30 Prozent gesprochen, je nach Region, je nachdem, wo man sich befindet. Und ihr könnt das auch gut beobachten, Menschen, die eine Renditeimmobilie in Großstädten kaufen wollten, aber da weder das Eigenkapital hatten, um diese wirklich teuren Kaufpreise, wir reden da von 5.000 Euro pro Quadratmeter und aufwärts, da sind auch 15, 16, 17.000 Euro teilweise aufgerufen und bezahlt worden. Und natürlich auch das notwendige Eigenkapital und die Rendite, die positiv sein sollte, bei vermieteten Immobilien zu erwirtschaften, die das nicht mehr geschafft haben, die sind in das Umland gezogen. Und unter meinen Videos seht ihr auch immer wieder dann Fragen zu Orten, die man nicht unbedingt mit Qualitätsstandorten in Verbindung bringen würde, wie ich das einschätzen würde. Und das ist genau der Faktor. Auch da sind zuletzt die Immobilienpreise gestiegen. Genau aus dem Grund, weil nämlich aus den A-Lagen, aus den Großstädten, aus den Ballungsräumen die Investoren abgewandert sind nach außen, weiter weg zu kleineren Standorten, zu Standorten, die wenig Perspektive für die Zukunft haben, wenig Wachstumsperspektive, wenig Jobchancen in der Region, eine geringe Kaufkraft, dadurch auch eine geringe Fähigkeit, die Miete zuverlässig zu zahlen durch die Mieter. Da sind auch die Kaufpreise enorm gestiegen und die Investoren, die nur einen sehr beschränkten Zeithorizont haben, die feiern das natürlich. Denn die denken, hey, sie haben jetzt das Schnäppchen ihres Lebens gemacht und werden da weiter vermieten. Die Miete zahlt dann die Darlehen ab bei der Bank und später sind sie alle Millionäre. Nein, das wird so nicht kommen. Man kann davon ausgehen, sobald die Blase auch nur ein bisschen Luft ablässt, die muss nicht mal platzen, das reicht ein bisschen Luft abzulassen, werden diese Standorte als erstes unverkäuflich werden. Und dann droht die nächste Gefahr. Gerade habe ich es schon leicht angedeutet. Ja, die Zinsen steigen und die Banken müssen mehr Sicherheitspuffer hinterlegen bei Darlehen. Und das gilt nicht nur für neu abgeschlossene Darlehen, sondern wenn die Beleihungswerte von den Immobilien sinken. Die Beleihungswerte sind ja die Werte, die die Bank gesagt hat, was sie im Fall der Fälle in einer Zwangsversteigerung für das Objekt bekommen kann. Wenn die auch sinken, dann kann es durchaus sein, dass sie weitere Sicherheiten fordern von den Immobilieneigentümern. Es ist also nicht in Stein gemeißelt, was man aktuell da hinterlegt hat und was man aktuell zahlt, sondern wenn ihr mal genau in eure Darlehensverträge guckt, dann kann es durchaus sein, dass die Bank von euch eine Zusatzsicherheit fordert, sobald die Beleihungswerte eine gewisse Grenze unterschreiten. Und auch das ist ein riesen Risikofaktor für das Ansteigen von Zwangsversteigerungen und für das weitere Platzen der Immobilienblase, sofern es sie denn gibt. Ein Punkt, den man da auf jeden Fall noch anführen könnte, ist die sinkende Bevölkerungszahl Deutschlands. Ja, Deutschland wird kleiner. Es leben immer weniger Menschen in Deutschland. Das zeigen die Statistiken und die Hochrechnungen für die Zukunft. Und nicht nur das ist problematisch, sondern auch die sogenannte Landflucht. Man war davon ausgegangen zu Beginn der Pandemie, dass die Menschen jetzt ins Umland ziehen, weil sie ja von zu Hause aus im Homeoffice arbeiten konnten und über das Internet alles erledigen konnten. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass dem nicht so ist. Ein gewisser Anteil an Präsenz in den Firmen muss einfach sein, um die Produktivität aufrecht zu erhalten, um Kommunikation zu fördern, um ein Team zu führen und zusammenzuhalten. Und da ist doch die Frage, sind die Menschen bereit, Fahrzeiten von mehr als 50, 60, 70 Minuten über eine Stunde pro Strecke im Auto zu verbringen, um zur Arbeit zu kommen, auch wenn es nur zwei oder drei Tage in der Woche sind? Die einfache Antwort ist höchstwahrscheinlich nein. Und so wird auch die Landflucht weiter zunehmen. Städte sind einfach attraktiv. Große Zentren sind attraktiv vom Bildungsangebot, vom Jobangebot, vom Kulturunterhaltungsangebot, all das, was es eben in der breiten Fläche so nicht gibt, sondern nur zentriert in den großen Ballungsräumen. Da scheint es so, dass die Preise auch weiter steigen, selbst wenn sie nicht mehr so stark steigen oder gegebenenfalls stabil bleiben, haben wir immer noch ein extrem hohes Preisniveau in den A-Lagen. Aber da wird sich auch wieder einiges tun. Wahrscheinlich, so sehen es die Demografen momentan, wird der Anteil an Single-Haushalten weiter zunehmen. Der Trend geht hin zum Alleinewohnen und auch wieder zu kleineren Wohnflächen in den Städten. Heißt, die Apartments, die Ein- oder Zweizimmerwohnungen werden weiterhin eine gefragte Anlage sein und große Wohnungen, vier, fünf Zimmerwohnungen, die lassen sich dann zwar gegebenenfalls noch zu Studentenwohnungen, zu WGs oder auch ArbeitnehmerwGs umbauen oder umformen, aber ob das so eine nachhaltige Investition ist, das könnte durchaus problematisch werden, denn nicht jeder möchte in einer WG wohnen, sondern gerne einfach die Türe zumachen, sein abgeschlossenes eigenes Reich haben, zu dem man nach Hause kommen kann. Das heißt, wenn man in Immobilien investiert und da noch nicht so wirklich drin ist, dann lohnt sich ein Blick auf diese kleineren Einheiten, die Renditeobjekte durchaus auch für die Zukunft darstellen können. Was meint ihr? Steigen die Preise? Sinken die Preise? Bleiben sie gleich? Platz die Blase? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle hat der YouTube-Algorithmus ein super Video nur für dich rausgesucht, das dich auch interessieren wird. Wir sehen uns gleich im nächsten Video wieder.